Guten Morgen ihr Lieben, es ist jetzt 7 Uhr, kurz vor 7 und Max fährt jetzt los zur Schule schon mal. 10 vor 7! Er wird immer früher. Heute steht was Besonderes an, ne? Ich schreibe 6 Stunden Klausuren. Wieso ist meine Kamera so blau? Was? Voll blöd. Kannst du die mal weiß machen? Ne. So, jetzt ist nicht mehr blau. Tschüss, viel Spaß, viel Glück. Ich drücke dir die Daumen, ne? Er schreibt heute 6 Stunden, was war das? Eine Bio-Vor-Abi-Klausur, ob das alles funktioniert? Schreiben wir mal, schreib mir mal, wenn du fertig bist. Mal weg. Viel Spaß, viel Glück. Tschüss. Auch noch nicht. Die schlafen noch. Tschau. Oh Gott, es ist noch dunkel und kalt, aber nicht glatt, oder? Hoffentlich nicht. Ne. Ja, das würdest du uns hier am Holz auch merken. Tschüss. Tschau. Tschüss. Viel Glück. Ja. So. Ciao. Also Max ist jetzt weg. Die schreiben heute wirklich ganze 6 Stunden Klausur. Dürfen aber zwischendurch für sich selbst eine Pause machen. Er hat sich jetzt einen Apfel mitgenommen, klein geschnitten, damit er nur noch zwischendurch mal rein schmeißen kann. Eine Banane mitgenommen. Und ich glaube, er wollte sich nochmal drei Laugenstangen gleich holen beim Bäcker. So, Ash macht sich gerade fertig. Und ich habe hier immer noch das übliche Chaos vom letzten Tag. Guckt sich das mal an. Das ist irre, ne? Ich habe hier, ich muss unbedingt an die Kartons hier rangehen, weil da nämlich Weihnachtsgeschenke sind. Und da weiß ich immer noch nicht. Ich kam gestern nicht dazu, weil wir nur in einem Haus waren. Und heute wird es ja auch wiederum nicht anders sein. Wir fahren jetzt als ersten Gang quasi, ja, zur Bauhaus wieder mal. Die lachen schon, wenn die uns sehen. Die sagen, na Mensch, vielleicht sehen wir uns heute Nachmittag auch mal wieder. Also wir sind wirklich tagtäglich da. So, und brauchen aber heute ein paar Sachen, weil gestern ja der Maler da war. Wir schon ein bisschen angefangen haben, alles zu verputzen. Und heute brauchen wir halt eben noch mehr Sachen, um einiges so zu verputzen. Und was noch? Weiß ich nicht mehr. Ich muss auf jeden Fall irgendwie jetzt, ich hoffe, dass ich es heute hinbekomme, an meine PC-Arbeit gehen, weil es muss. Irgendwie war das so schwer, so in den letzten Tagen, weil wir irgendwie von morgens bis abends quasi spät da waren im Haus. Und draußen haben da was gemacht. Und ich muss da unbedingt ran. So, ich bin gerade dabei und mache Frühstück für Ash. Wohnzimmer habe ich schon einigermaßen hier wieder so aufgeräumt. Das war nämlich schon wieder hier Chaos. Und Küche bin ich gerade dabei. Musst nur ein bisschen, ja, Frühstück vorbereiten und für Ardern nochmal Quark machen. Und hier ist alles voller Krümel. Okay, also die saue ich nicht mehr aus. Komische Lampe jetzt hier, ne? Äh, jetzt ist es total dunkel. Jetzt könnt ihr mich ja gar nicht mehr sehen. So, ich werde jetzt auf jeden Fall hier mal klar Schiff machen. Und dann fahren wir dann auch schon los. Und die Kamera will nicht. Der Fokus will nicht. Okay, so. Also geht los. So, es wird jetzt einmal Quark für Ardern angerührt. Ich habe leider gestern nur noch so einen kleinen gekauft. Einen zweiten auch. Also ich habe zwei davon gekauft und eine ist mir runtergeflogen beim Einladen ins Auto. Deswegen mache ich heute so eine kleine Portion. Einfach mit Orange, Apfel, ganz normal Haferflocken. Was ist da noch? Also Rosinen haben wir auch nicht mehr so viel. Und ich glaube Cashewkerne haben wir gar nicht mehr. Ne, wir haben keine Cashewkerne mehr. Na gut, also ich rühre jetzt einmal schnell mal was an. So, ich habe jetzt mal was. Untertitelung des ZDF, 2020 So, der Quark ist fertig. Jetzt wird es einfach nur einfach ungefüllt in kleine Schüsselchen in diese Einberggläser und dann ist es fertig. So, wir sind hier soweit fertig, bzw. ich bin soweit fast fertig. Guck mal, mein Frühstück erstet ich gleich. Rosinenbrot hatte ich Hunger drauf mit Butter und dann geht es zur Verminztier für mich und für Adrian halt eben seinen Quark. Und wir haben noch erst fünf Minuten zum Losfahren. Ich würde gerne die Betten machen, ne? Aber, es ist dunkel. Aber, ich schaffe das nicht. Ich mache das gleich. Gucken wir das gerade an. Hilfe. Ich mache das gleich. Und hier ist es auch nicht anders. Ne, mach mal die Rollos runter. Es ist sowieso noch dunkel. Also, Leute. Mache ich gleich. Komm, wir fahren jetzt mal. Wir sind mittlerweile auch schon unterwegs. Adrian springt nochmal ganz kurz zum Elektriker raus und fragt, ob er nochmal Zeit hat für uns, diesen Lichtschalter, den er eingebaut hat, ein bisschen höher zu setzen. Und dann geht es auch dann gleich wieder zum Bauhaus. Ja, also. Und das Wetter ist so eklig heute. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch irgendwie mal die Sonne rauskommt oder so. Und Max schreibt jetzt schon seit einer halben Stunde. Also, sechs Stunden. Sechs ganze Stunden wird geschrieben, bio. Also, ich bin echt gespannt, was er nachher zu erzählen hat. Ich glaube, der wird total kaputt sein. Ich hatte gestern für ihn extra nochmal ein paar Hefte besorgt, weil die Biolehrerin sagte, nehmt mal vorsichtshalber nochmal ein zweites Arbeitsheft mit, weil die müssen scheinbar so viel schreiben. Und die Kugelschreiber alle. Habt ihr ja gesehen, habe ich schon im Video davor gezeigt. So, also, ich warte jetzt nur noch einmal auf Adriano und dann geht's zu Bauhaus. So, wir haben gerade bei Bauhaus ganz, ganz viel eingekauft und jetzt geht's einmal zu T-Docs oder Rüster. Da muss ich mal gucken. Ich würde ganz gerne ein paar Umzugskartons besorgen. Wie viele brauchst du denn? 100 Stück? Ungefähr 100, genau. Für meine ganzen Deko. Die ganzen Deko-Teile. Also, nur für Deko? Ne, Deko. Wenn insgesamt brauchen wir irgendwie, wir haben Massen, ne? Klamotten kann man vielleicht in Säcke rein tun, oder? Ich weiß es nicht. Normalerweise packen wir alles in die Umzugskartons, damit man die aufstapeln kann. Aber müssen wir einmal schauen gleich. So, und da seh ich schon, 2 Euro. Und bei Bauhaus? 1,95. Ist ja egal, die 5 Cent. Aber ich glaube, die sind auch recht stabil. Pass auf. Das ist wie so eine Trennung hier. Kann man hier nicht umklappen. Muss man umknicken dann, damit es nicht hält. Und wenn das hält, ist da nicht ein Schlitz dazwischen. Nein, ist nicht. Aber ist das normal? Bei den anderen war alles das durchgehende Boden. Die anderen gibt es ja nur bei Lidl irgendwie einmal im Jahr. Also nehmen wir die jetzt mit. Ja, das sind Schlitz dazwischen. Komisch. Also wir nehmen jetzt hier so ein Bund mit. Das sind 10 Stück. Und dann gehe ich einmal zur Kasse. So, und es geht raus. Und da sind wir jetzt. Einmal im Haus. Ich werde erst einmal ganz kurz dieses ganze Chaos von gestern Abend noch einmal beseitigen, weil wir gestern nichts mehr gemacht haben. Der Hund liebt hier auch noch rum, hier. Das heißt, ich mache jetzt einmal ein bisschen hier ein Glas Schiff. Und dann geht es weiter da oben. So, ich habe hier ein bisschen jetzt aufgeräumt, die Fußböden alle gefegt. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Aber man hat nicht die ganze Zeit diese Krümel und die ganzen Dreck unter den Füßen. Und jetzt werde ich einmal ganz kurz da oben rangehen. Ich habe mir nämlich schon einmal was angerührt. Und zwar diese Masse jetzt hier, die ich bei Max verbraucht habe oben. Und das wird jetzt einmal zugespachtelt da oben. So, und schon ist ein Teil jetzt hier fertig. Ich habe jetzt nicht alles komplett aufgetragen, sondern ein bisschen. Und ich würde sagen, ich versuche jetzt da noch einmal weiterzumachen. So, und auch diese Seite jetzt ist schon mal so ein bisschen befüllt. Aber ich warte, bis es hart ist und dann kommt noch eine Schicht drauf. Also es ist noch nicht komplett fertig. So, und hier an der Seite wird einmal Reegips ausgeschnitten. Hier so eine Platte. Und darüber geklebt. Ist, glaube ich, besser. Und hier kann man, glaube ich, auch abmachen alles bis hier zur Ecke hin. Ihr Lieben, es ist jetzt kurz vor zwei. Wir sind mittlerweile schon zu Hause, haben Ash abgeholt. Und jetzt wird einmal Mittag gegessen. Und es gibt heute was ganz Schnelles. Auf die Schnelle. Volkswagen-Würstchen. Genau, VW-Würstchen. Also ich habe jetzt hier Nudeln mit Pesto. Und dann gibt es noch einen frischen Salat. In irgendeinem Video zeige ich diese Volkswagen-Würstchen, wie wir die kaufen. Oder hast du es bei dir auch gezeigt? Nee. Aber die habe ich jetzt angebraten. Mal gucken, wie die schmecken. Das ist echt auch die neue Volkswagen. Das ist kein Spaß. Schmecken die dann auch? Nach Auto. Na. Böö. Guten Appetit. Zeit mit Waschflüssigkeit. Und da ist auch mein großes Kind da. Du hast es überlebt. Du hast es überlebt. Und wie ist das Gefühl so? Passwort, es wird safe bei 1. Man braucht es gerade noch heute nicht. Mal gucken. Also, was geschrieben hat, hat Sinn gemacht. Ob es richtig ist, ich weiß nicht. Aber war das dann irgendwie alles schon bekannt oder nicht? Weil sie hat euch da vorher ganz, ganz viele A-Bs verteilt. Diese Vorbereitung. Du musst also ein bisschen denken und so. Okay. Und nächste Woche ist was dran? Tag Tomate. Überlegst du auch. Oh Gott. Essen? Ja. Ihr Lieben, es ist jetzt kurz vor 5. Und ich habe jetzt angefangen, schon mal eine Deko einzuräumen. Ich habe mir gedacht, ich fange jetzt einfach mal langsam an, weil wir es eher alles nicht unbedingt jetzt hier brauchen. Denn wenn wir dann doch Weihnachten jetzt hier bleiben, weiß ich jetzt ja nicht unbedingt, kann das eigentlich auch weichen. Kann ich auch Weihnachtsdeko so ein bisschen aufstellen. Aber natürlich nicht mehr so in dem Ausmaß, wie das letzte Mal war. Weil ich ja nicht weiß, ob es mit dem Umzug irgendwie alles so funktioniert vor Weihnachten oder nicht. Das heißt, ich werde jetzt hier einmal schon mal so ein bisschen alles einräumen. Und genau, genau, wie die Fensterbank und so. Joa. Und ich kann auch, glaube ich, schon ein paar Bilder einfach von der Wand abnehmen. Dann kann es so nach und nach alles so ein bisschen rüber. Da müssen wir nachher dann nicht allzu viel machen. Hier ist das grässliche Licht. So, jedenfalls versuche ich mal schon so ein bisschen einzupacken. Da nehme ich was mit. Hier kann was mit. Also, genau. So, drei Kisten sind schon mal gepackt. Voll mit Deko. Ein bisschen habe ich noch stehen lassen, aber nicht mehr viel. Also, das da habe ich nochmal ganz gelassen. Nur nichts abgenommen von den Bildern. Und aber hier hat sich ein bisschen was verändert. Da habe ich jetzt so ziemlich alles abgenommen fast. Genauso wie hier. Leer. Na, da ist noch was da. Da ist noch so ein Teil. Leer. So, fünf Kisten habe ich jetzt voll bekommen. Übrigens, den wollte ich noch einmal bepflanzen. So ein bisschen winterlich. Aber natürlich nicht mehr hier, jetzt wahrscheinlich für drüben. Die hatte ich übrigens bei Amazon bestellt. Einmal ein groß, einmal ein klein. Und das sind so eine Lichterkette mit Solarbetrieb. Habe ich drei Stück. So für draußen. Muss man keine Batterien reintun. So, und alles andere ist, wie gesagt, das geht jetzt einmal ins Auto. Ich habe sogar hier alles ausgeräumt. Hier ist leer. Nichts mehr drin. Da sind noch so ein paar Lebensmittel drin. Alles leer. Und hier haben wir... Den Schrank habe ich noch ein bisschen aufgeräumt. Hier oben ist alles aussortiert, was wir nicht gebraucht haben. Oder nicht jetzt gerade hier brauchen. Nehme ich alles mit rüber. Das kann man auch alles rüber. Gelbe Säcke brauche ich sowieso drüben. Genau. Also, es geht alles mit rüber. Und diese Kommode habe ich auch ausgeräumt. Ich habe jetzt nur noch einen Schal für mich gelassen. Erstens Mütze, Max Schal. Und hier ist auch alles soweit. Nur ein paar Handschuhe. Ja. Sonnenbrillen. Der Rest ist leer. Alles leer. Und hier wird jetzt fleißig Abendbrot vorbereitet. Ja, Mann. Ja. Ja, also wir haben alle Hunger. Wir haben gerade mit Adrian noch mal kurz was einkaufen. Ich muss essen. Ich gucke keine Mühe. Es ist so dunkel hier. Bester Möd. Schlimmerwein. Bester Möd. Bei mir brauchst du keine Werbung machen. Äh, bei mir. Guck mal, wir haben, ja, es gab gerade Mango für einen Euro nur aus den ganzen Erdbeeren und Kirschen bei Edeka im Angebot. Das ist keine Werbung jetzt, aber wir haben zugeschlagen. Was? Ja, wir wollen doch mal Eis machen, oder? So, also, ich habe mir diesmal einen Reissalat gekauft und zwar mit Schafskäse, dann ist da so eine Knoblauchzee sogar ganz drin, Frühlingszwiebeln und Oliven. Sehr lecker, habe ich nur nicht probiert. So, und Max, natürlich alles total gesund hier mit Eiersalat und Fettsalami und so. Jetzt kommen wir noch ein paar Vitamine, also jetzt kommen wir noch ein paar Tiefvielkühlte-Vitamine. Achso, ja, okay. Weil die sind natürlich vitaminreicher und so, aber scheiße, das ist ein bisschen viel. Auf jeden Fall wird hier Abendbrot gegessen und hier ist noch ein bisschen, ja, bitte. Also, guck mal, fütt dich gleich zusammen. Ash ist nämlich schon oben. Oh, ihr seid so bekloppt. Ich glaube, hier später wird das so, Aran hat gerade hier so eine Krise gekriegt, er ist die ganze Zeit, er hat mit sich selber gesprochen. Ich habe keine Krise, er hat diesen Gollum nachgemacht. Wer ist Gollum? Nachdem ich in meinem Video einen Autisten aus einem Spielfilm oder aus einer Serie, aus einer Komödie nachgemacht habe und bei mir auf den Kommentaren, in den Kommentaren wird jetzt geschrieben, Erdre, mach dich über Behinderte-Lust. Oh, du Scheiße. Wenn ich mich jetzt also über Fantasy-Figuren lustig machen, da kann man mir dann auch nichts anhängen. Ja, guten Appetit. Vielleicht kommt er ja doch noch was. Oh, so, guck mal, das ist Arans Abendbrot hier und Mozzarella. Na gut, und mein Teller, übrigens, das ist alles hier so leer. Die Kinder haben gesagt, Mama, das ist hier alles leergefegt hier, also leergeräumt. Das ist alles komplett hier leer. Also, das ist hier mein Teller mit Pfefferminztee, also Becher mit Pfefferminztee und das ist hier mein Teller. Ich habe das ganz normal Roggen mischt. Oh, so Roggen? Ne. Was essen wir denn? Dinkelbrot. Das habe ich schon ganz vergessen. Dinkelbrot, Salami-Stick und eben der Salat. Also, guten Appetit zusammen. Guten Morgen, es ist schon der nächste Tag, ihr Lieben. Wir waren gerade nämlich ein bisschen Fahrradfahren und auch was eingekauft. Draußen ist es im Moment echt so mieseliges Wetter, ekliges Wetter. Das finde ich echt. Oh, jetzt macht er bei mir auch schon dieses Wetter. Jedenfalls waren wir hier ein bisschen was einkaufen. Nichts weltbewegendes, also wir haben ganz normal hier einmal Dinkeltoast, essen wir im Moment viel Eier, Himbeeren. Ich wollte nämlich heute Mittag heil werden. Heute Mittag wollte ich ganz gerne Pfannkuchen machen. Also, wir haben hier Pilze, was ist hier noch? Quark, Käse im Stück, auch gerne gegessen. Machen wir so einen Dinkeltoast. Dann hatte ich heute Hunger drauf, wieder auf dieses Brot, äh, Kornpfiff, da gibt's bei Aldi halt eben. Das schmeckt auch sehr lecker, vor allem, wenn es getoastet ist. Finde ich, die so schmeckt immer alles besser. Dann haben wir hier zwei Gurken. OPC ist die komischerweise da im Schrank, Schnucki, bei den Gläsern. Dann haben wir ein paar Orangen. Orangen, Quatsch. Mandarinen, einmal die Milch. Jetzt ist hier noch, noch mehr Heidelbeeren. Dann habe ich diese Leberwurst, die isst Ash unheimlich gerne, die ist mit Schnecklauch, auch von Aldi. Dann haben wir hier die Haferflocken. Und einmal diesen Knobikäse, der ist super lecker. Das habe ich euch schon mal, glaube ich, erzählt, dass wir den gerne essen. Und einmal diese Rosinenmischung. Gab's leider nur eine Tüte für Aldi, vielleicht kommt ja noch Nachschub. Hat's irgendwas gesagt, die Verkäufer haben? Nein? Und dann gibt es Salami, einmal mit Knobi und einmal ganz normal klassisch. Genau, das ist dann der Einkauf und wir wollen gleich noch einmal zusammen frühstücken. Und dann geht es einmal heute endlich mal an die PC-Arbeit. Und ich muss noch unbedingt ein Video bearbeiten heute. Das steht jetzt auf dem Plan. Wir haben jetzt gefrühstückt, es ist alles abgeräumt. Und ich hatte gerade überlegt, was ich jetzt als nächstes mache. Als nächstes wird es aber einmal mein Videoschnitt sein. Denn es muss unbedingt online gehen. Adrian sitzt schon am PC. Und ich werde jetzt einmal mein Video schneiden. Ich hoffe, dass es nicht allzu lang ist, das Video. Mal schauen, wieso. Los geht's. Ihr Lieben, jetzt habe ich gerade angefangen, die Pfannkuchen vorzubereiten. Und zwar mache ich diesmal nur mit dem Dinkelmehl. Das war mal ganz cool, habe ich auch schon mal ein paar Mal gemacht. Und ein Liter Milch. Und hier habe ich jetzt aus Faulheit meinen Mixer nicht genommen. Aber das löst sich eh gleich auf. Das ist jetzt ein Päckchen Backpulver. Und die sieben Eier, die ich jetzt drin habe. Und ein bisschen Öl. Ja, das wird sich gleich auflösen. Ich hatte keine Lust, jetzt den Mixer rauszuholen. Das ist meine Ecke, die hier echt... Immer so eng ist, das ist so blöde. Deswegen hatte ich keine Lust. Also, der tut es jetzt auf. Also, jetzt wird einmal den Teig vorbereitet. Ich bin ja auch so schlau. Ich brauche hier trotzdem meine Pfannkuchenpfanne raus. Ne? Ah, Hilfe. Und ich habe vor kurzem hier erst aufgeräumt. Es ist dunkel. Und ich bin der Meinung, dass ich alles hier anfange. Oh Gott. Ne, die ist... Oh, ich sehe da gar nichts. Also, hier ist die auf dem Kopf. So, der Teig ist fertig. Den lasse ich jetzt noch ein bisschen ruhen jetzt hier. Ich glaube allerdings, dass er mir ein bisschen zu dickflüssig geworden ist. Hm. Sonst muss ich einfach ein bisschen Salter dazu fügen. Genau. Aber so sieht es eigentlich ganz gut aus. So, nebenbei habe ich nochmal die Reste von gestern hier einmal aufgewärmt. Ich habe jetzt die Würstchen angebraten. Da sind diese... Tja, wie wollte ich jetzt sagen? VW-Würstchen angebraten. Mit Dinkelnudeln. Und einmal Erbsen in Rabe-Soße. Also, falls jemand irgendwie was Deftiges hier möchte, gibt es das halt eben auch zu essen. Der Tisch ist auch schon gedeckt. So, die Pfannkuchen sind jetzt fertig. Ich hoffe, dass sich nicht jeden Satz, wenn ich die Kamera einschalte, mit so beginnt. Ich denke mal, für Ash und für mich reicht es erst einmal. Dann gibt es nochmal... Ja, das Licht, ne? Ist grausam. Heute ist es alles so duster draußen. Also, für uns gibt es nochmal Quark. Also, ich hätte wahrscheinlich die... Als einzige Quark habe ich mir jetzt frisch angerührt. Und ich weiß nicht, ob Adan jetzt auch Pfannkuchen isst oder vielleicht doch die Nudelpfanne. Jedenfalls ist das jetzt hier alles fertig. Und wir können essen. Ash ist nämlich auch schon zu Hause. Also, es gibt jetzt also Mittag. Ihr Lieben, wir haben jetzt für Twitter ein Video aufgenommen. Es ist jetzt auch schon kurz nach halb fünf. Und dann habe ich schon angefangen, so ein bisschen meinen Schrank auszuräumen. Beziehungsweise, ich habe schon mal drei Kartons hier gepackt. Ersch hat auch schon angefangen zu packen. Ich habe nämlich mal die ganzen Sommersachen und was ich nicht so irgendwie anziehe, schon mal eingepackt. Der Schrank leert sich. So. Und hier, genau, ist der Karton auch schon voll. Hey, ihr Lieben. Es ist der nächste Tag. Gestern habe ich ja alles in Kartons gepackt, alles rübergebracht. Das war gestern viel zu spät. Ich habe auch gar nicht mehr aufgenommen. Jetzt würde ich ganz gerne einmal zum Wodas endlich mal hinfahren. Das nehme ich mir schon seit Tagen irgendwie vor. Und es klappt und es klappt und es klappt nicht. Heute Morgen waren wir schon unterwegs wegen der Heizung. Haben das aber auch einigermaßen gut geregelt bekommen. Dass da keine Bodenkanalheizung kommt, sondern in die Wand. So eine ganz schlechte. Du siehst du gar nicht, dass es eine Heizung ist. Und ich würde ganz gerne jetzt nochmal zum Wodas fahren, weil ich gerne mit Ash hier anfangen möchte. Weihnachtlich zu dekorieren. Also es wird langsam mal Zeit. Weihnachten sind wir ja dann hier. Haben wir jetzt so auch beschlossen, damit wir auch dann keinen Druck mehr haben. Und die, die halt nach uns hier reinkommen, die haben eh bis zum 31.1. deren Wohnung. Das heißt, da ist noch genug Zeit, auch für uns in Ruhe das Ganze zu machen. Also es wird immer total bescheuert. So. Und ich würde ganz gerne noch ein bisschen weihnachtlich dekorieren hier. Dafür brauche ich ein bisschen Tanne wieder. Und dann gucke ich nochmal nach diesen Roststernen bei Wodas. Ich hoffe, die haben die noch. Und sonst muss ich eben aus der Garage wieder ein paar Sachen, so eine kleine Kiste packen oder so. Es wird nicht so großartig werden, so wie das sonst immer hier ist. Dass ich da hier alles voll dekoriere. Sondern halt ein bisschen schon nett und gemütlich. Und das reicht aber auch. So. Guckt mal. Hier hatten wir gestern mit Ash schon mal angefangen auszuräumen. Er hat hier schon mal alles aussortiert. Da unten ist das Regal auch dann leer. So. Das ist nichts mehr da. Und das ist auch schon alles... Ne, ist noch gar nicht drüben. Das haben wir gestern Abend gemacht. Das steht jetzt hier. Es ist so dunkel. Adrian unten nimmt gerade ein Video auf. Und ihr Lieben, ich fahre mit euch mal los. Jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz so im Hellen, was sie bei Wodas schönes haben. Denn die haben ganz, ganz tolle Sachen. Also, es geht los. Ich bin jetzt hier angekommen. Und wisst ihr, was ist das erste Mal? Dass ich jetzt draußen hier parken muss. Weil es nämlich da proppe voll ist. Also der Parkplatz ist voll. Das heißt, ich gehe jetzt... Ja. Stehe jetzt hier und gehe da jetzt rein. Das ist echt irre. Ich weiß gar nicht, was da jetzt... Ja, Weihnachtssachen wahrscheinlich. Also Weihnachtsartikel und sowas. Also, wir düsen einmal rein. So, ich bin gerade hier. Und guck mal. Genau, die bastel ich ja selber. Cool. Die sind auch ganz hübsch hier. Ich glaube, ich nehme so eine kleine Tanne mit. Was kosten die großen hier? Auch eine 8 Euro. Das ist echt günstig. Ich glaube, ich nehme zwei. Einmal groß, einmal klein. Sie sehen auch ganz süß aus. So hier kleine Wichtel. Ich nehme auf jeden Fall so eine Christhose mit. Ich wollte nämlich vorne bei mir ein bisschen was bepflanzen. Genau. Einmal die. Und einmal den. Leider haben sie nur noch zwei davon. Aber auf dem kleineren haben sie gar nicht mehr. Und dann habe ich nochmal Tanne mitgenommen. Die sehen auch mal cool aus. Kostet 50 Euro. So ein Roststein. So, und diese kleinen Tannen habe ich jetzt hier mitgenommen. Zwei hiervon. Zwei von einer etwas kleineren und helleren. Dann nehme ich mal so ein Schildchen nochmal mit. Und diese Engelsflügel wieder. Und einmal hier ist noch so ein Schildchen. Mit frohes Fest drauf. Und schon bin ich aus dem Geschäft raus. Die haben so tolle Sachen. Und jetzt weiß ich auch, warum hier auch alles voll ist. Man kann da nämlich auch Waffeln und Co. kaufen. Und deswegen sind, glaube ich, sowieso tagsüber auch mehr Leute. Und die haben wirklich ganz, ganz tolle Weihnachtssachen. Wirklich. Also nicht nur Weihnachtssachen, aber heute jetzt speziell sind die Weihnachtssachen. So, jetzt muss ich immer ganz durch meine Einkaufsliste suchen. Denn ich muss jetzt noch ein bisschen was einkaufen. Und zwar nicht nur Deko. Ich bräuchte noch... Was habe ich denn? Mein Zettel ist weg. Ich hasse das noch. Ich habe mir extra einen Einkaufszettel geschrieben. Und wo ist der jetzt abgeblieben? Übrigens, gestern Abend war ich noch auf so einem Info-Medienpräventionsabend für Eltern. In der Schule bei Esch. Weil die ja letzte Woche halt eben auch diesen Medienprävention hatten. Und das war schon echt sehr interessant. Es waren drei Stunden, die wir dann da waren. Es waren aber auch nur neun Eltern da oder so. Jedenfalls sehr interessant und spannend. Also, ich fahre jetzt einmal weiter zum Einkaufen. Ich bin mittlerweile zu Hause. Und jetzt muss ich ja mal kurz meine Tasche mal auspacken und euch nochmal kurz zeigen, was ich hier geholt habe. Also, ich war nochmal bei dm. Habe dieses coole Schild hier einmal gesehen. Dann habe ich für meinen Adventskranz, beziehungsweise Adventskiste, die ich jetzt machen werde. Nicht jetzt, heute, aber vielleicht morgen, übermorgen. Kerzen besorgt schon mal. Einmal in rosa. Ich möchte die ganz gerne mischen. Und einmal in grau. Wenn ich dann diese beiden Farben habe, dann fand ich die ganz niedlich. Die gab es auch bei dm. Die kann man auch noch mal anzünden. Ich glaube, sogar die riechen. Genau, ein bisschen so. Und hier einmal mit so einem Elchmotiv. Genau. Das haben wir hier noch. Habe für die Kinder Duschgel geholt. Von Adidas. Und wir benutzen die komischerweise nur Adidas. Und für Milch mein Shampoo. Genau. So, das ist der Einkauf von dm, was ich jetzt hatte. Und hier ist ein bisschen von Aldi nochmal. Da habe ich Milch geholt. Hier ist ein paar Dinkeltoast. Quark. Einmal die Fischekerne. Und einmal die Butter. Mehr brauchten wir eigentlich nicht. Genau. Geschirrspülen nervt, denke ich. So, jedenfalls werden wir jetzt einmal mit den Cachons einmal ins Haus fahren. Dann die Fensterbank schnappen. Und einmal zu einem Fachgeschäft, um zu gucken, ob wir so eine Fensterbanknummer nachgekauft bekommen. Für diese neuen Fenster, die wir jetzt eins eingebaut haben. Das andere noch irgendwie kommt. Und genau. Und Willi wollte dann auch nochmal ins Haus kommen. Mal gucken, was wir heute da so ein bisschen was machen. Vielleicht kann ich weiterhin mein Ding da zu Ende verspachteln. Also diesen Kanal oben an der Decke. Mal schauen. So, morgen kommt der Maurer um 8. Und macht da ein bisschen draußen weiter, was wir jetzt mit Adidas gepockt haben. Also wir haben es nicht gut aufgetragen, diese Masse. Also war auch nicht so berauschend. Jedenfalls, genau. Und dann werde ich noch einmal ein paar Sachen aus der Garage holen. Ein paar Weihnachtssachen, die ich dann, natürlich nicht alle, aber so ein paar, die ich dann hier herhole. Und hier uns ein bisschen das Ganze hier weihnachtlich dekoriere. Wie wir jedes Jahr. Wahrscheinlich, habe ich schon gesagt, und nicht allzu viel werden. So, auf jeden Fall würde ich sagen, war es das jetzt mit diesem Video, damit es nicht allzu lang für euch wird. Und nicht allzu langweilig. Schön, dass ihr alle dabei wart. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020